Auf die Plätze! Fertig! Auf die Plätze! Die Plätze! Starke Performance in der Club-Challenge. Warum wart ihr so gut? Ja, wir haben das heute Morgen mal kurz nach dem Training ausprobiert und dann haben wir ausgebettelt, wer die Ringe hochwirft und wer die Ringe trifft und er hat mehr Ringe getroffen wie ich und ich habe ihr das Gefühl vor der Hand gelenkt. Ja, hat ganz gut ausgesehen, fand ich. Wie war das Feedback der Mannschaft? Sind die zufrieden oder war da mehr gefragt? Es war sicherlich mehr gefragt. Ich bin persönlich damit aber zufrieden. Rebi hat mir die Dinger ganz gut vorgelegt und wir können zufrieden sein. Und auch der Blick auf das Zwischenklassement wird das Team von frisch auf zufrieden stimmen. Zwar reicht es für Daniel Rebmann und Till Herrmann mit ihren fünf Treffern nicht zu einer Platzierung ganz vorne, den Lokalrivalen aus Stuttgart lassen die Göppinger aber knapp hinter sich.